Warum haben wir nicht wählen dürfen? Warum? Sie haben die Gelegenheit gehabt, mit den ersten Wahlen zu sehen, dass es nicht funktioniert hat. Sie haben überall in Rumänien versprochen, dass es sich ändern wird, dass wir das Recht haben werden zu wählen. Unser Recht, unser Menschenrecht, ein gesetzliches Recht. Und was man sieht, das ist unmenschlich, unverständlich. Und wenn unsere Regierung so korrupt ist, dann bitte ich die Regierung in Deutschland, irgendeine, irgendeine Europäische Union, bitte um Solidarität, bitte um unsere Stimmung, diese Korruption in Rumänien einfach zu töten, weil das ist unmenschlich. Vielen Dank. Wir haben das Wasser hier oder werden wir mit Ziele gehalten?